Sam, wollen wir auf dem Spielplatz spielen? Ja, auf jeden Fall. Sam, nein, das ist zu gefährlich. Oh! Ah, mein Kopf! Als ob ich mir nicht wehgetan hätte. Oh, mein kleines Baby. Ich glaub, das Baby hat Kaka gemacht. Ich leg dich in den Kinderwagen. Oh, ihr Sunderbüste, Nanny. Ich fange jetzt den Eimer nach oben. Hier stelle ich den ab. Oh, eine coole Rutsche. Juhu, hippie. Hey, das ist mein Eimer. Jetzt aber nicht mehr. Ach, egal. Ich gehe jetzt nach Hause. Ui. Sim, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Okay, warte eine Stunde. Ducken, Arme hoch. Ii, ich gehe jetzt nach Hause. Ach, riecht das gut. Ah! Ich hab den Eimer gefunden. Was ist denn das? Ich glaub, eine Hülle oder ein Tunnel. Rein da. I watch me work. Du kannst nicht singen. Ah! Wie das klebt. Wie kommt ihr denn hierher? Da war ein Tunnel. Und wo sind wir hier? Ihr seid in der Schleimwelt. Seid ihr alleine hier? Nur wir wohnen hier. Ist es nicht so einsam? Nö, für uns ist es hier nicht einsam. Wir wollen wieder zurück in unsere Welt. Dann folgt mir. Hier ist der Tunnel. Ach, Kinder. Ah! Bist du das, Jessie? Ja. Bist du das, Sam? Wir haben uns schon wieder verändert. Nicht schon wieder. Öppel. Banana. Wieso können die Affen reden? Quach, Quach. Was machst du hier, Quach? Wir sind in einen Tunnel gegangen. Krr. Ich fresse euch. Ii, oh. Geht schnell in den Tunnel. Ii, oh. Okay. Lass uns die Schlange fressen. Ich habe Lust auf Nudeln. Nein. Hä, wo sind wir hier? Und warum habe ich eine Männerstimme? Und warum haben wir schon wieder andere Sachen an? Hallo, wer bist du? Ja. Waaah. Tschönen mal. Kommt rüber. Warum sollten wir dir trauen? Weil das hier die gute Seite ist. Okay. Wie heißt du und wer ist das? Ich bin Wumbaba. Und ich bin Jeff, der Hüttenmann. Weißt du, wie wir nach Hause kommen? Geht einfach in die Hütte dort. Okay. Eifel. Oh, Mama, da sind welche. Eifel, wir können nicht schwimmen. Eifel. Komm, Kim, wir ziehen sie hoch. Kommt, wir gehen an Land. Was essen. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Ich heiße Sam. Und ich heiße Jessie. Und wir sind beste Freunde. Oh nein, wir sind schon wieder in einer anderen Welt. Haben wir uns schon wieder anders angezogen? Das ist unsere Königin Merida. Hallo, Merida. Hallo, Lea. Ich habe Hunger. Jetzt essen wir was. Kommt ihr? Danke, das war echt lecker. Sam, können wir nicht hierbleiben? Okay, das ist in Ordnung. Sam, Jessie, wacht auf. Sam, Jessie. Steine. Steine. Bis zum nächsten Mal.